Hi und willkommen bei Games Not Over. Heute will ich euch zeigen, wie ein Live in the Woods Renaissance Server unter Linux Headless aufsetzt, also auf einem Debian. Deswegen bin ich hier einfach in meiner Linux Server vor allem, um euch das zu demonstrieren. Ihr seid ja natürlich auf dem richtigen Server. Dazu folgen wir auch einfach dieser Anleitung von dem Live in the Woods Subreddit, da es ganz schön ist, um da Sachen zu copy und pasten. Klar ist, vorher einfach mal ein Upget Update und ein Upget Upgrade machen, um euren Server auf den neuesten Stand zu bringen und einfach die neuesten Paketquellen zu haben. Deswegen bin ich hier auch gerade noch unter Root, ich habe das schon mal gemacht und wir wollen gucken, ob Java eventuell schon installiert ist, denn Minecraft Server typisch brauchen wir Java. Deswegen geben wir aber mal Java ein und er sagt schon, okay, wir haben kein Java. Also erkennt den Befehl nicht, das heißt wohl, wir haben kein Java. Deswegen kopieren wir uns aber mit STRG-10 mal Upget Install Default JDK, also das standardmäßige Java Development Kit und mit STRG-Shift-V pasten wir das hier in unsere Konsole und er sagt, okay, das sind 300 MB, willst du das wirklich machen? Wir sagen mal ja. Mal gucken, wie lange das Ganze dauert. So, nachdem Java jetzt installiert ist, ein völlig langweiliger Prozess, bei dem nichts passiert ist, außer dass so ein paar Zeilen über den Monitor geflogen sind und er automatisch Dinge gemacht hat, können wir jetzt ja mal kurz Java eingeben und wir sehen, ah, wir haben Java, er sagt, was hast du da eingegeben? Das bringt so nichts. Hier sind Vorschläge, wie du es richtig machst. Okay, jetzt haben wir also Java. Gucken, brauchen wir noch was? Eventuell Unzip. Können wir mal kurz gucken, ob wir Unzip haben? Ja, wir haben Unzip, ansonsten einfach Upget Unzip und Screen. Können wir auch einfach mal, ihr könnt natürlich statt das so zu testen, indem ihr es eingibt, auch einfach testen, indem ihr den Install Buffet, Upget Install Screen angibt und wenn es da ist, sagt ihr euch das. Hier hatten wir es noch nicht, er hat es installiert. Gucken wir mal, ob wir T-Mux haben. T-Mux haben wir auch nicht drauf, ihr könnt natürlich T-Mux oder Screen benutzen, das sind beides Terminal Multiplexer Programme, die euch erlauben, den Server nachher so im Hintergrund auszuführen, dass ihr quasi, auch wenn ihr euch per SSH vom Server ausloggt, der Server noch weiterläuft. Deswegen mache ich mal kurz hier Upget Install T-Mux, weil ich T-Mux lieber mag. Ansonsten könnt ihr aber auch dieser Anleitung folgen. Als nächstes wollen wir also den Minecraft Server selbst installieren. Deswegen nehmen wir uns gerade mal wieder die Root-Rechte weg und gehen in ein normales Verzeichnis. Gucken wir mal, da ist noch nichts. Also machen wir uns mal einen Ordner, live in the Woods Server und wechseln da mal rein. Wir sehen, der Ordner ist stinknormal leer. Tja, als nächstes wollen wir also die Files downloaden. Das Ganze geschieht über Wget. Wir kopieren uns diese drei Befehle, die uns hier gegeben wurden. Er wird dann ganz brav die Dateien runterladen. Und wir folgen ganz, ganz stumpf dieser Anleitung. Also wir sollen ihn in den Ordner geben, wo wir das runtergeladen haben. Da sind wir schon. Und jetzt hat er schön hier mit Regular Expressions, sodass das auch für andere Versionen später gilt, die Installer gemacht. Das heißt, wir starten jetzt einfach mal mit JavaJar und so weiter. Install Server und er wird sich jetzt die Minecraft-Server-Dateien runterladen und die Forge-Sachen, die restlichen, einrichten. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, ich würde es aber empfehlen, warum wollt ihr es behalten, den Installer löschen. Deswegen kopiere ich mir das hier schon mal. Füge es mit STRG-V, das Fenster natürlich auch in den Vordergrund, mit STRG-V ein. Sehe jetzt, das ist weg. Gucken wir mal da rein. Haben wir schon ein paar mehr Ordners. Wir haben jetzt den Library-Ordner und die drei Sachen, die wir runtergeladen haben. Jetzt wollen wir das erste Mal den Minecraft-Server starten, um die Euler zu akzeptieren. Deswegen machen wir mit Java-Jar. Das heißt, Java soll eine Jardatei ausführen. Dann seht ihr das alles Jardateien, und zwar die Jardateien mit dem Namen Minecraft-Server.Sternchen.jar. Also Minecraft-Server-Irgendeine-Version.jar. Führen wir das einfach mal aus und dann wird das kurz starten. Und dann sagt er Shutdown. You need to agree to the Euler. Okay, wenn wir jetzt gucken, haben wir hier ein Pfeil Euler.txt oder Euler.txt. Deswegen mit deinem Editor eurer Wahl, ich empfehle hier mal kurz Nano, öffnen wir die, gehen dahin und schreiben statt false true rein. Mit STRG O speichern wir das. Mit STRG X gehen wir wieder raus. Ihr könnt es euch nochmal kurz angucken, ob es wirklich auch passiert ist. Und ja, da steht true. Sehr schön. Jetzt wollen wir also Live-in-the-Woods-Renaissance-Sternchen-Server entpacken. Das ist eine ZIP-Datei, deswegen haben wir vorhin UNZIP installiert. Drücken Go und ab geht's. Und wenn wir jetzt gucken, sind da noch ein paar mehr Ordner, zum Beispiel ein Mods-Ordner. Sehr schön. Jetzt sind wir soweit, dass wir tatsächlich zum ersten Mal den Forge-Server starten können. Dafür auch Copy und Pasten wieder den Befehl 7, drücken Enter und warten einfach mal ab. Das kann jetzt dementsprechend länger dauern. Daher einen ganzen Haufen Mods lädt. Irgendwo solltet ihr dann sehen, dass, ja, da werden schon mal ein paar Mods geladen. Ja, es gibt ein paar Features. Irgendwo solltet ihr dann mal stehen. So und so viele Mods wurden geladen. Das ist dann immer ein gutes Zeichen. Er legt gerade die Welt an. Das dauert beim ersten Mal natürlich auch immer einen kurzen Moment. Ansonsten geht das. Auch wenn euer Server relativ schnell ist, wird der Start davon etwas dauern. Das ist ganz gewöhnlich. Gucken wir mal, dass wir... Ja, bestimmt irgendwo... Ja, ja, ja. Fehlermeldung, Fehlermeldung. Meistens steht irgendwo... Dann the lid, since the one replaced. Aber man müsste das vielleicht durch Grab jagen oder so. Also irgendwo steht da in der Regel, sonst so viele Mods wurden geladen. Vertrauen wir ihnen aber mal, dass er die Mods geladen hat. Also mit Stop sollen wir den Server beenden. Und wir sollen wegen einer Konfig, die wir noch vornehmen müssen, hier die Welt nochmal löschen. Und wir sollen jetzt in dem File Server.properties beim Level-Type von Default to Biomes.op wechseln. Also wieder ein Text-Editor eurer Wahl auf die Server-Properties schmeißen. Und wir suchen die Zeile Level-Type-Default. Und wollen hier Biomes.op drin haben. Steuerung speichern. Steuerung x beenden. Und nun können wir den Server starten. Diese Anleitung macht das Ganze mit Screen. Das heißt, ihr würdet Screen-S angeben. Da könntet ihr dann eben ein Screen mit einem Namen, Live in the Woods, anlegen. Würdet in den dann mit diesem Befehl den Java-Server starten. Und ihr würdet dann mit Ctrl-Alt-D detachen, um mal an dieser Anleitung dran zu bleiben. Halten wir uns auch an die ganze Sache, um das mit Screen zu machen. Ihr könnt es sonst auch mit Tmux machen. Ich mache es privat mit Tmux. Aber nehmen wir mal Screen-S. Ich nenne ihn mal Litwe. Das reicht für mich. Länger brauche ich es nicht. Und sagen Go. Und dann seht ihr, okay, das ist irgendwie weg. Ich bin jetzt trotzdem wieder als Benutzer Tom auf meinem Server. Und auch noch in diesem Ordner. Aber da ist jetzt das Tolle. Wir können jetzt einfach mal mit Java-JarForge den Server starten. Und wir sehen jetzt, dass der ganze Server schön hochfährt. Allerdings können wir mit dieser Tasten-Kombination hier gleich Magie machen. Und zwar können wir, ich warte mal, bis der Server hochgefahren ist, damit von dieser Screen-Session detachen. Aber trotzdem läuft der Server im Hintergrund noch weiter. Und das ist wirklich eine sehr angenehme Sache. Während er macht, gehe ich nur schon mal kurz auf YouTube und hole mir kurz den Link, den ich auch in die Videobeschreibung packe. Diese Tabelle packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung. Und da unten könnt ihr dann noch für alle Let's Plays, alle Livestreams, alle Modifikationen. Und dann habt ihr alle seine Minecraft-Modifikationen, die er zusätzlich noch hat. Ihr seht, der Server läuft jetzt. Und jetzt könnt ihr im Grunde schon loslegen. Ihr könnt ihn jetzt hier minimieren. Und wenn ihr dann Live in the Woods startet, das kann ich ja mal machen, also ganz normal installieren. Play, Multiplayer und los geht es da. Da wir jetzt aber noch weitere Mods installieren wollen, halte ich den Server nochmal kurz an. Ihr seht, ihr habt hier den Ordner Mods. Und ihr könnt da einfach mal rein wechseln. Und ihr seht, da ist schon ein ganzer Haufen Mods drin, der von Live in the Woods kommt. Und ihr seht auch, ihr habt hier Forge und Live in the Woods Renaissance. Die könnt ihr im Grunde ignorieren. Was ihr dann machen müsst, ist im Grunde nur diese ganzen anderen Mods installieren. Und dazu rate ich euch, ladet euch immer drei Stück oder so auf einmal runter. Kopiert die zuerst in euren Client. Und, also wenn das normale Minecraft Spielmod verzeichnet ist, guckt, ob das Spiel noch startet. Ob Forge einfach noch, ob ihr noch bis ins Hauptmenü kommt. Wenn das geht, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Ihr habt die richtige Version und so. Wenn nicht, debuggt darum, bis ihr die Lösung dafür gefunden habt. Wenn das dann also geht, geht ihr auf euren Server. Ladet die Dateien auf euren Server hoch. Entweder einfach über SFTP oder quasi, ich zeige euch gleich, wie ihr es mit WeGet machen könnt. Und startet dann den Server. Für eine dieser Mods, ich weiß gar nicht mehr welche, braucht ihr noch irgendwie ein bestimmtes Framework, dessen Namen ich auch vergessen habe. Aber das zeigt ihr euch an, wenn ihr den Client startet. Dann kommt eine Fehlermeldung, bla bla bla, requires, framework, version, bla 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 bla. Also, laden könnt ihr die einfach, indem ihr hier drauf klickt. Klickt dann nochmal auf den Link und kommt dann meistens auf so eine Curse-Seite. Wichtig ist jetzt hier, Gronkh hat hier wunderbarerweise angegeben, welche Version er hat. Ihr dürft hier nicht einfach auf Download klicken. Das lädt die neueste Version runter. Was ihr machen wollt, ist ein bisschen runterscrollen, auf Other Downloads klicken und dann gucken, dass ihr eine für 1.710 kriegt und nicht die für 1.710.2. Und ihr könnt natürlich auch gucken, welche Gronkh genau hat die 1.740 am Ende. Gibt es die noch, 1.740, die neueste. Manchmal werden hier Versionen scheinbar gelöscht und sind nur noch die allerneuesten verfügbar. Aber nehmt ihr einfach immer die für die 1.710. Also, ihr klickt dann da drauf. Dann rödelt er ein bisschen, will euch Werbung andrehen. Wunderbarerweise. Das wird Zeit, dass ich mal einen Adblock auf dieser Folge installiere. Ihr könnt sie natürlich einfach speichern und dann per SFTP hochschieben. Oder ihr könnt dann hier drauf gehen, sagen Copy Download Link, sagt WGET, WGET, STRG-SHIFT-V rein kopieren und zieht euch das direkt in das Modverzeichnis. Was habe ich mir denn jetzt geladen? Mine Factory Reloaded. Das heißt, wir suchen gut. Amazon Mine Factory Reloaded. Da ist es. Jetzt geht ihr einfach zurück und startet mit dem gleichen Befehl nochmal euren Server. Und das wiederholt ihr jetzt für die Mods, die ihr hiervon haben wollt. Also entweder alle oder nur teilweise. Ich habe zum Beispiel Custom NPCs und so selber nicht drauf. Und ich empfehle euch, wie gesagt, das immer blockweise in Dreier- oder Viererschritten oder so zu machen. Ganz einfach deswegen. Wenn dann nämlich mal irgendwas nicht mehr geht, so zum Beispiel hier schon was gefehlt. Vermutlich habe ich mit Glück genau diese Mod gewählt, die dieses Framework braucht. Dann macht ihr es nämlich ganz einfach. Ihr habt nur drei Mods, die potenziell das Problem sein können. Und ihr schmeißt dann einfach immer wieder eine raus, bis es läuft. Und ihr habt dann die gefunden, die das Problem ist. Wenn ihr alle auf einmal reinknallt, dann ist es einfach so, hm, okay, wo ist jetzt das Problem? Hm, toll. Also ganz einfach, deswegen würde ich immer in drei Schritten empfehlen. Deswegen erst in dem Client, weil er euch schöne grafisch aufbereitete Fehlermeldungen gibt. Und es einfach bequemer ist. Und es schneller ist, als irgendwie es immer auf den Server zu schieben und zu löschen und zu machen. Dann, wenn es der Client läuft, auf den Server. Das sind aber nur Tipps. Das könnt ihr letztendlich machen, wie ihr wollt. So, und letztendlich habt ihr dann, wenn ihr alle Frameworks nachinstalliert habt, die Gronk hier eventuell vergessen hat, wenn ihr alle Mods installiert habt, die ihr haben wollt, euren Server komplett fertig. Könnt ihn einfach starten, so wie es hier vorher noch ging, mit dem Startbefehl. Und ich habe ja gesagt, ihr könnt dann mit Screen Detection. Das habe ich euch jetzt noch nicht gezeigt. Deswegen gehen wir nochmal kurz in Mods. Wie hieß das Ganze? Irgendwas mit Mine Factory. Hauen das mal kurz weg. Und starten jetzt mal den Live in the Woods Server. Was hoffentlich wieder geht. Sonst sehe ich hier ein bisschen dämlich aus. Und im Tutorial, wie ich euch zeigen will, wie ein Live in the Woods Server installiert. Und es bei mir dann nicht läuft. So. Wie gesagt, es dauert. Und das ist noch nicht mal seine finale Form. Das dauert noch länger, wenn ihr die ganzen anderen Mods installiert habt. Ja, aber speziell dieses Underground Biomes ist bei mir immer eine recht langsame Sache. Manchmal crasht er auch dabei bei mir. Dann starte ich es einfach nochmal. Dann funktioniert es. Und bleibt dann auch am funktionieren. Also ich weiß nicht genau, warum das manchmal bei mir zu Problemen führt. Aber wie gesagt, einfach ein Neustart. Und es einfach nochmal zu probieren. Hat bei mir da geholfen. Warten wir mal. Ah, okay. Ist der Server schon da. Und ihr könnt jetzt hier die Befehle entweder einkloppen. Schmidt Help zeigt euch an, was so geht. Und alle möglichen Sachen. Also, so läuft der Minecraft Server. Ach ja, genau. Screen. Ihr drückt STRG AD. Und seht, das ist ja alles zu. Da steht jetzt nur noch Detached vom Live in the Woods. Und der Server läuft aber nicht mehr. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sowas mache wie H-Stop. Solltet ihr sehen, okay, es ist auf jeden Fall viel RAM verbraucht. Ah, und da sind so die Prozesse Java. Das heißt, der Server läuft. Obwohl ihr nicht mehr in der Session seid. Und auch wenn ich jetzt per SSH runtergehen würde, würde der Prozess weiterlaufen und sich nicht einfach beenden. Ähm, ihr könnt dann mit Screen-LS euch anzeigen lassen, welche Screens alle laufen. Und mit Screen-R Litwe wieder da rein connecten. Und STRG AD, die connectet euch wieder. Ähm, ich stoppe diesen Server einfach jetzt mal, weil ich ihn ja nicht haben will. Und sage damit, ähm, so, das ist, wie er einen Server einrichtet. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Wie gesagt, guckt euch diese Anleitung einfach nochmal an. Ähm, da könnt ihr alle schön copy und pasten und nochmal nachvollziehen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das war Games Not Over. Das war Games Not Over.